Besoffenen Frauen beim Junggesellinnenabschied. Was sollen die dem Stripper in die Hose stecken ohne Geldscheine? Ey, gib mal deine Kontonummer! IBAN DE2008 Ist das eine Acht oder eine Null? Von Banküberfällen mal ganz zu schweigen, Freunde. Ey, das ist ein Überfall. Sie überweisen mir sofort 50.000 Euro und zwar an meine Paypal-Adresse thomas.schmidtke schmidtke mit dt, alles klein atych brush online.de Verwendungszweck Überfall bitte an Freunde und Familie sonst zahle ich Gebühren Waffewechseläuelchen Und jetzt ganz langsam das Geld zurück überweisen polizeidisburg atgemx.de